Lass mal gut sein, Digga. So, und ich glaube, meine Message ist damals angekommen und dass er jetzt sechs, sieben Monate später wieder dieses Video rausholt und wieder drauf reactet, scheint mir auch langsam, also kriege ich langsam das Gefühl, dass er ein bisschen schwer vom Begriff ist. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Bro, PA regt sich darüber auf, dass du das Interview von ihm immer thematisierst, meint er heute im Podcast. Welcher Podcast? Tschüss. Life is Pain, Stress, Leon Lovelock Interview. Ab welcher Minute? Ach so, jetzt hier. So, einmal ganz kurz zum Intro so. Komisch gerade, komische Vibes, Bruder, aber egal, wir reagieren mal drauf, wir gucken uns an, was der PA zu erzählen hat. Ich respektiere PA, deswegen höre ich mir das gerne auch an. Ist jemand, wo ich sage, seine Meinung, ja, interessiert mich einfach so, weil ich einfach auch eine gute Zeit mit PA immer hatte, gute Interviews hatte, gute Gespräche hatte, auch im Privaten und so. Deswegen ziehen wir uns das kurz an jetzt hier, ziehen wir uns das kurz rein jetzt hier an der Stelle. Ganz kurz, warum ich überhaupt auf das Video, auf das Interview nochmal reagiert habe, ist, für alle Leute, die mich ja schon länger verfolgen, die haben gesehen, beziehungsweise letzte Zeit mein Content verfolgen, die haben gesehen, dass ich angefangen habe, auf alte Videos von mir selber zu reagieren, wo ich gerne nochmal reinhören würde, so, weißt du? Das liegt nicht an PA, sondern ich habe davor auf Kollegah auch reagiert, ich habe auf Manuelsen Highlights reagiert, ich habe auf gewisse andere Sachen reagiert. Das zu kurz, kurz zur Vorgeschichte, warum ich das überhaupt gemacht habe, einfach alten Content von mir nochmal reinziehen, weil mir das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Vibes gegeben hat. Jetzt gehen wir mal rein, was er erzählt hier. Hat ihm anscheinend nicht so gefallen, dass ich das gemacht habe. Ja, jetzt gucke ich mal, warum. Darüber kann ich zum Beispiel sehen. Ey, übrigens, apropos Marien, ich weiß nicht, ob du willst, dass ich das jetzt hier aufmache. Was denn? Jetzt glaube ich. Was denn? Bro, bei dich, der Leon Lovelock, Bruder, er reproduziert das immer wieder, ne? Er hat das wieder hochgeholt, dieses Interview von dir mit ihm. Warum macht er das? Er weiß ganz genau, dass ich gar nicht auf dieses Interview stehe, ne? Nein, Bro. Sie hat es nicht offline genommen, so einfach nur aus Respekt vor ihm, weil wir haben da einen Talk geführt, ich will es jetzt auch nicht zu überdramatisieren und ich finde auch, ich habe mit ganz anderen Aussagen aus diesem Interview Probleme heute. Mir geht es gar nicht um diese eine Stelle, wo ich über Pyramiden und so rede. Das ist cool, Bro. Also ich finde, wie P.A. auch über die Sache geredet hat, auf was wir reagiert haben, ist ja nichts Verwerfliches, weißt du? Da hat er ganz klar einfach nur mir quasi zum ersten Mal auch erzählt, ich habe ja vorher gar keine Ahnung gehabt über Antarktis-Vertrag, Pyramiden, dies, das, bla, 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 hat mich nie damit auseinandergesetzt, weißt du? Hat er ganz normal cool erzählt und ich mache das nicht, um dir auf den Sack zu gehen, P.A., falls du das siehst hier. Das habe ich nicht so, ich habe das vorhin im Intro schon gesagt, ich habe das gemacht, weil ich generell auf alte Videos von mir reagiert habe, weil mir das irgendwie Vibes gegeben hat, weil ich das cool fand so. Das ist schon lange Zeit her, ich fand die Gespräche geil und ich habe mir gedacht, ein bisschen auf alten Content reagieren ist Vibes. Gibt gute Energy. Das Rundphilosophieren finde ich völlig legitim. Natürlich muss man darüber nachdenken, ob man das vor einer Kamera macht, weil heutzutage kannst du da natürlich ganz schnell in eine komische Richtung geschoben werden. Das ist halt voll schade, Digga, er hat recht. Aber da gibt es andere Aussagen, die ich einfach heutzutage nicht mehr so vertreten kann. Es ging auch, an einer bestimmten Stelle geht es um Frauen. Ich will da jetzt auch nicht so tief reingehen, weil da gibt es auch eine Stelle, auch die könnte ich heutzutage rechtfertigen. Aber so, wie ich es in dem Moment gesagt habe und wie es mir heutzutage ausgelegt wird und auch manchmal in Zusammenhang zu dem gestellt wird, wie ich heutzutage mein Leben führe, wird mir das manchmal so ganz komisch ausgelegt. Und ich habe damit eigentlich, sollte diese Aussage in eine ganz andere Richtung gehen, aber da gibt es verschiedene Stellen, die ich heutzutage nicht mehr vertreten kann. Weiß ich gar nicht, Digga. Ich habe diese Stellen gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß, dass wir über Frauen geredet haben, über Sexualisierung und so. Eigentlich eine gute Sache ist, finde ich. Impedin, man, Alter. Impedin mit 427. Ich küsse dein Herz, Bruder. Das ist immer wieder hoch und reactet dann darauf und redet darüber. Wenn ich heutzutage mein Leben führe, wird mir das manchmal so ganz komisch ausgelegt. Und ich habe damit eigentlich, sollte diese Aussage in eine ganz andere Richtung gehen, aber da gibt es verschiedene Stellen, die ich heutzutage nicht mehr vertreten kann. Und er holt das immer wieder hoch und reactet dann darauf und redet darüber. Und wie gesagt, ich habe auch nichts gegen Leon. Ich hatte mit ihm ein relativ gutes... So, Bro, ich... Ich weiß nicht, ob ich das immer wieder hochhole. Community sagt mir mal Bescheid, Bruderherz. Ich meine, Digga, seitdem wir unser Interview gemacht haben, da habe ich nochmal einmal auf ein Video reagiert, wo Ruth mich im Titel drinstehen hatte, wo es auch darum ging, dass irgendein Typ irgendwie ein Schulprojekt hatte und dann hat er dieses Pyramiden-Thema da einbezogen. Und dann habe ich darauf nochmal reagiert. Dann gab es so ein kleines Hin und Her, weil Marvin California dann einen Talk mit dir gemacht hat, wo du dann auch wieder über mich geredet hast. Dann habe ich da auch nochmal drauf reagiert. Aber ich habe eigentlich immer klargemacht, dass ich nicht negativ dir gegenüber eingestellt bin und dass ich dich als Mann respektiere, so, weißt du. Da ist nichts irgendwie, dass ich dir schaden möchte oder irgendwie negativ auf dich eingestellt. Im Gegenteil, ich sage eigentlich in jeder Reaction, dass ich dich fühle, Digga, dass ich das zu schätzen weiß, dass du damals mit mir auch gequatscht hast und so. Auch da, wo ich den Shitstorm bekommen habe, dass wir privat geredet haben, das mache ich eigentlich immer ganz eindeutig klar, Bro. Dann gab es so ein, zwei Sachen, die mir persönlich nicht gefallen haben, die dafür gesorgt haben, dass ich so ein bisschen auf Distanz gegangen bin. Und diese Sachen haben auch nichts mit seinen Aktionen in der Öffentlichkeit zu tun. Wir hatten ja eine Zeit lang wirklich gutes Verhältnis und ich habe ihn auch so privat ein bisschen an mich herangelassen. Und dann gab es dann so ein, zwei Dinge, die passiert sind, die ich zum Anlass nahm, um wieder ein bisschen auf Distanz zu gehen. Und dann hatte man nicht mehr so viel miteinander zu tun. Dann gab es dann irgendwann dieses Video von ihm, womit er sich selber ja richtig geschadet hat. Jetzt sei mal dahingestellt, ob das, was er dort gesagt hat, richtig oder falsch gewesen ist. Meiner Meinung nach maximal falsch, weil er es zu einem Zeitpunkt gemacht hat, wo noch keiner wissen konnte, in welche Richtung das Ganze überhaupt geht. Und man kann auch mal einfach ein paar Tage chillen, bevor man ein Resümee oder einen Strich unter eine Sache zieht. Ja, kann jeder so sehen, wie er möchte auf jeden Fall. Ich stehe dahinter. Ich habe auf mein Gefühl gehört. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es das Richtige ist. Natürlich habe ich dafür auch kassiert. Damit muss ich selber klarkommen. Jeder trifft ja für sich seine eigenen Entscheidungen, was er tut, was er nicht tut. Klar gibt es viele Leute, die das kritisieren. Klar habe ich auch selber auch schon gesagt, dass ich wahrscheinlich das Video so auf die Art und Weise nicht mehr so machen würde. Ich aber wahrscheinlich trotzdem ein Video machen würde. Und vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt damals wahrscheinlich genauso das Video machen würde. Das war halt ich in dem Moment. Und habe den freien Lauf gelassen. Habe ein Gefühl gehabt. Habe dem gefolgt. Habe das rausgehauen. Viele Sachen, die ich gesagt habe, haben sich bewahrheitet im Nachhinein. Kann man jetzt sagen, war ein falscher Zeitpunkt gewesen. Ich war zu dem Zeitpunkt schon überzeugt davon, dass da irgendwas Falsches abläuft. Also die Rede ist von dem Treppenhaus-Video. Kann aber auch verstehen, wenn andere Leute das anders sehen. Da bin ich gar nicht so egoistisch und sage, ey, geht ja gar nicht, dass jemand da eine andere Meinung zu hat. Klar, Digga, kann ich verstehen. Aber ja, was soll ich sagen? Es ist halt so, wie es ist. Es ist gekommen, wie es gekommen ist. Und ich bin mittlerweile so krass im Vertrauen, dass ich mir selber sage, am Ende des Tages passiert alles aus einem Grund. Und es sollte genau so sein. Ich bin dadurch stärker geworden. Ich bin dadurch gewachsen. Ich habe mich dadurch entwickelt. Und deswegen ist es am Ende des Tages für mich persönlich eine positive Sache gewesen. Und ja. Everything happens for a reason. Denke ich immer. Da war er auch noch bei mir. Da kam er zu mir und ich habe ihm die Tür geöffnet. Obwohl diese privaten Geschichten da schon passiert sind, habe ich ihm trotzdem nochmal einen Rat gegeben, wie er meiner Meinung nach damit umgehen sollte. Ja, ja. Der hat mich angerufen. Von sich aus. Ich glaube, ich bin nicht zu ihm gekommen. Viele, nicht viele, aber so zwei, drei Kandidaten aus der Szene, mit denen ich früher Kontakt hatte, haben sich gemeldet. Blair hat sich gemeldet. PA hat sich gemeldet. Manu Elsen hat sich gemeldet. Von alleine. So. Die haben sich bei mir gemeldet. So, weißt du. Und zu dem Zeitpunkt, sage ich auch ganz ehrlich, so wie es ist, als ich das Video gemacht habe und danach gesehen habe, wie die Welt darauf reagiert, war ich überfordert. So. Da brauche ich jetzt hier nicht auf hart oder auf krass machen. So, weißt du. Ich war überfordert. Ich wusste im Endeffekt nicht richtig, wie ich mit der Situation umgehen soll. Und habe dann Leute, die schon mehr Erfahrung in der Öffentlichkeit haben, auch nach Rat gefragt, wie zum Beispiel den PA. Und der hat mir auch seinen Rat gegeben. Sogar ausführlich so. Wir haben öfter telefoniert, weißt du. Und das habe ich auch schon erwähnt, dass ich sage, also, dass ich bis heute da auch dankbar bin, dass er sich das angehört hat und wirklich, meiner Meinung nach, wirklich aus Herz mir einen Ratschlag gegeben hat. So, weißt du. Ja, dass er ein cooler Typ ist. Man hat ihn irgendwie ermutigt, ihn gut zugeredet und so. Aber er hat dann, glaube ich, einfach nicht mehr so den Anschluss zu dem gefunden, wo er eigentlich hin wollte und ist dann komplett in diese Richtung gegangen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich merke jetzt. Wie gesagt, zwischendurch war ich lost, bro. Ich war lost, Digger. Das kann ich auch genauso eingestehen, wie es ist, Digger. Ich habe das Video gemacht, Digger, und dann habe ich diesen heftigen Shitstorm bekommen und wurde von überall rausgecancelt. Habe so viele Sachen verloren, wo ich nicht mit gerechnet habe. Ich habe damit nicht gerechnet im Vorhinein, weißt du. Vor allen Dingen auch, dass so Klamottenmarke und so, dass das alles wegfällt, dass kein Künstler mehr wirklich mit mir in der Öffentlichkeit gesehen werden möchte, außer Flair und Manuelsen haben, glaube ich, noch ein Interview mit mir gemacht, Kianusch auch und noch ein paar andere Kandidaten, Sugar, MFK, Sadik. Gab es noch ein paar Rapper auf jeden Fall, die gesagt haben, komm, wir reden noch mit dir, wir setzen uns noch hin mit dir. Aber da war ich auf jeden Fall verwirrt, Bruder. Ich war da auf jeden Fall so, fuck, Alter, was passiert hier gerade so, weißt du. Und da habe ich mich auch selber ein bisschen verloren. Da war ich ein bisschen lost, ein, zwei Jahre lang. Wusste ich nicht genau, in welche Richtung würde es gehen. Und habe zum Glück irgendwann mich wieder selbst gefunden und habe quasi den Weg eingeschlagen, den mein Herz mir gesagt hat. Mittlerweile hat er sich wirklich seine eigene Community aufgebaut. Also es gibt diesen, es gab ja eine Zeit lang diesen Leon Lovelock Hate, aber das war auch noch, das war in der Zeit, wo er, glaube ich, auch wirklich probiert hat, noch Teil dieser Szene zu sein und irgendwann haben die Leute gemerkt, dass er wirklich sein eigenes Ding macht und in eine komplett andere Richtung geht. Seitdem hat auch die Hip-Hop-Szene und diese ganze Urban-Lifestyle-Kultur mit ihm abgeschlossen und er ist kein Thema mehr und er bekommt nur noch Feedback von den Leuten, die sich sein Content wirklich reinziehen und diesen Content auch mögen und dementsprechend... Jein, jein, jein. Also ich würde mich immer noch als, also ich bin jetzt nicht mehr so krass in der Rap-Szene unterwegs, aber ich bin mir fast sicher, dass es noch auf jeden Fall einige Leute gibt aus der Szene, die sich mit mir beschäftigen, vor allen Dingen die ganzen Reactor und so. Marvin California, Sinek, Jaysus. Wer noch? Keine Ahnung. Also ich habe immer mal wieder auf jeden Fall noch so Verbindungen mit der Szene und das finde ich auch okay, weißt du? Ich habe auch mit den ein oder anderen Charakteren in der Szene auch noch engeren Kontakt aufgebaut, auch mit den ein oder anderen Leuten, die jetzt nicht so krass bekannt sind, so weißt du? Michael O zum Beispiel, Shoutouts gehen raus, lieber an dich, Cousin. Also ich habe schon noch auf jeden Fall eine gewisse Art Verbindung zur Deutschrap-Szene, aber es ist mir nicht mehr, es ist nicht mehr so mein krasses Anliegen, da jetzt voll krass am Start zu sein und von jedem akzeptiert zu werden, weil ich einfach gemerkt habe, dass, ja, diese Szene hat sich so ein bisschen meiner Meinung nach gerade in dieser Corona-Zeit so ein bisschen exposed, also beziehungsweise ich habe gemerkt, wie viele Leute in der Szene ticken halt, weißt du? Dass es wirklich nur darauf ankommt, hast du gerade Hype, bist du gerade, stehst du gerade gut in der Öffentlichkeit da und ich bin naiv in die Szene reingekommen. Ich habe gedacht, die Leute, mit denen ich eine Connection aufbaue, sind wirkliche Freunde, obwohl es eigentlich bei den meisten nur darum ging, dass ich halt Hype hatte und die Leute dann einfach nur in meiner Plattform stattfinden wollten, nicht wegen mir, sondern weil ich Hype habe und vielleicht auch ein bisschen sympathisch war und als das dann ein bisschen gebröckelt hat, dann habe ich halt gemerkt, wie alle sich oder Großteil von denen sich distanziert haben und dann war ich auch ein bisschen mad, auf jeden Fall. Eine Zeit lang war ich so Anti-Deutsch-Rap-Szene, Alter, die haben mich fallen lassen, bla bla bla. Mittlerweile bin ich so neutral, weißt du? Ich würde mich niemals der Deutsch-Rap-Szene komplett verschließen und sagen, ey, ich will mit denen gar nichts mehr zu tun haben, weil ich finde immer noch, da gibt es ein paar Leute, die einfach nice sind und ich bin immer noch auch offen für Gespräche und so ein Shit, weißt du? Ich mache selber auch Musik, ich werde in Zukunft vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Mucke machen, deswegen bin ich auf jeden Fall nicht komplett raus und ich glaube auch nicht, dass alle Leute aus der Szene sich komplett jetzt von mir distanziert haben und sagen, der Typ, der hat hier nichts verloren und dem geben wir hier, also der ist einfach nicht mehr interessant für uns. Viele ja, aber nicht alle, glaube ich. Kriegt der da auch positives Feedback aus dieser Community, eine Community, die mit unserer Bubble meiner Meinung nach gar nichts zu tun hat. Weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass die ein oder anderen Kandidaten aus der Rap-Szene oder auch die Community und vor allen Dingen auch die Zuhörer schon auch teilweise bei mir abhängen, teilweise bei Kianos abhängen, teilweise sich auch mit diesen Sachen beschäftigen, mit denen wir uns beschäftigen, gesellschaftskritischer werden, verstehen, dass viele Medien, viele Politiker uns irgendwie anlügen und so. Ich finde, das hat eigentlich auch was mit Hip-Hop und Rap zu tun. Weißt du? Ich finde, das ist gar nicht so weit voneinander weg, wie das hier gerade dargestellt wird, dass Hip-Hop und Rap gar nichts mit irgendwelchen Kritikern oder Anti-Establishment-Leuten zu tun hat. Weißt du? Ich finde, das sollte eigentlich sogar mehr zusammen sein. Und das hast du auch gemerkt, wo ich dann angefangen habe, über diese Sachen zu reden, auch in unseren Interviews, wie die Community auch Bock darauf hat. Weißt du? Ich finde, Hip-Hop ist einer dieser Sprachrohre, meiner Meinung nach, wo sowas auch mehr angesprochen werden müsste. Immer noch. Das ist in Ordnung, deswegen will ich dir auch gar nicht bashen vom Bus werfen oder irgendwie. Song Wukong, ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für deine sechs verschenkten Subs, Bruder. Liebe geht raus an dich. Nein, hat es nicht. Musik ist Kunst, hat nichts mit realen Leuten zu tun, verwechselt etwas nicht. Also ich finde auch, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Musik und Hip-Hop. Für mich ist Hip-Hop nochmal so ein eigenes Segment. Und wenn du guckst, wie Hip-Hop entstanden ist, dann ist Hip-Hop so entstanden, dass Leute, die kein Gehör hatten, schwarze Menschen, die schlechter behandelt wurden als andere, vom Polizisten teilweise erschossen wurden und diskriminiert wurden, sich ein Gehör verschafft haben, weißt du? Es ging schon immer um Gesellschaftskritik eigentlich, gerade am Anfang. Das haben wir jetzt so ein bisschen verloren, weil der heutige Hip-Hop hat eigentlich gar nichts mehr damit zu tun. Aber für mich gehört das ein bisschen zusammen so. Gesellschaftskritik, Hip-Hop, Politik auch und so. Ja, nicht nur, aber Teile davon auf jeden Fall. Ein komisches Gefühl geben. Aber es gab auch schon mal vor einigen Monaten kurz Diskussionen zwischen uns, weil er auf Sachen von mir reacted hat und mich dann so gefühlt wie ein Schlaf scharf darstellen wollte, wie so ein Typ, der früher voll kritisch war, aber jetzt irgendwie sich dem Mainstream probiert anzubiedern und mit jeder Meinung und Komfort geht. Da habe ich ihm auch gesagt, hör mal, Bro, ist Schwachsinn, was du da von dir gibst und auch die Art und Weise, wie das von deiner Community aufgenommen wird und wie... Ich glaube, da wird gerade ein bisschen viel miteinander vermischt. Ich glaube, also wenn du dir... Ich kann mir die Reaction gerne nochmal reinziehen, aber ich glaube, ich persönlich habe das gar nicht so gesagt in meiner Reaction. Ich habe den gar nicht auch versucht, in eine gewisse Richtung darzustellen oder so. Weißt du? Ich glaube, das waren mehr so die Kommentare und das, was die Community dann daraus gemacht hat. Das fand ich selber auch nicht geil. Ja, da habe ich auch nicht immer die komplette Kontrolle... Da habe ich nicht die komplette Kontrolle drüber, weißt du, wie Community-mäßig darauf reagiert, so. Weißt du? Ja. Aber ich kann dir sagen, dass ich bei keiner Reaction oder bei keinem Video in meinem Herzen die Intention hatte, dich auf irgendeine Art und Weise hinzustellen. Ich habe nicht mal gewusst, was in dem Video erzählt wird, bevor ich darauf reagiert habe, so. Das heißt, ich habe gar keine Intentionen gehabt. Ich habe versucht, einfach so, wie ich bin und was ich denke, in dem Moment, wo ich die Reaction gemacht habe, darauf zu reagieren. Ich kann wieder unter meinen Beiträgen bemerkbar machen, lass mal gut sein, Digga. Und ich glaube, meine Message ist damals angekommen und dass er jetzt sechs, sieben Monate später wieder dieses Video rausholt und wieder darauf reagiert, scheint mir auch langsam... Also... Ich habe auf das Video noch nie reagiert. So. Ich habe auf ein Video reagiert, wo Ruth ein Video über mich gemacht hat, Digga. Beziehungsweise ein Highlight hochgeladen hat von deinen Streams, wo ihr über diese Pyramidensache aus dem Interview geredet habt, so. Und da hat ein Junge dir einfach erzählt, dass der da irgendwie ein Projekt gerade macht und so. Und ich habe meinen Namen und mein Gesicht im Thumbnail gesehen und habe gedacht, da reagiere ich jetzt mal drauf, so. Ich weiß nicht. Und dieses, dass ich jetzt darauf reagiert habe, ist einfach, weil ich insgesamt gerade aktuell auf alte Videos von mir reagiere, so. I don't know. Kriege ich langsam das Gefühl, dass er ein bisschen schwer vom Begriff ist, so, ne? Wie meinst du, Digga? Verstehe ich nicht, Bro. Ich habe das Video online gelassen, obwohl er wusste, dass ich es am liebsten offline nehmen würde. Das habe ich ihm zuliebe gemacht. Aber wenn er das jetzt zum Anlass nimmt, das immer wieder zu produzieren und darauf zu reacten und irgendwas von sich zu geben, keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich das offline nehme. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich habe das Gefühl, der regt sich über Sachen auf, Digga, wo gar keine negative Intention am Start war, Digga. Also von meiner Seite kann ich euch versprechen, von ganzem Herzen, dass ich keine negative Intention hatte, PA irgendwie darzustellen oder so ein Shit. Ich finde es so krass, Bruder, ja. Ich finde es krass, wie Leute einfach, Digga, ich fühle halt richtig, ich fühle schon Madness gerade von ihm. Schwer vom Begriff und dies, das, bla. Bro, was soll ich dir sagen? Am Ende des Tages, ich bin, wie ich bin. Ich will niemandem was Böses und wenn du mich wirklich kennst, wenn du dich daran erinnerst, wie es war, als wir uns in die Augen geguckt haben und so, dann weißt du eigentlich, dass ich keiner bin, der irgendeinem Menschen irgendwas Schlechtes will. Niemandem. Auf der ganzen Welt. Weißt du, was ich meine? So. Und ja, Bro. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, Freunde, sage ich euch ehrlich. Ja, das ist leider das Ding mit dem Internet. Ich habe natürlich auch Aussagen in Interviews, wo ich heute sage, mein Gott, was habe ich da gelabert? Aber ich bin auch nicht mehr der gleiche Mensch von vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren. Jeder Tag ist ja irgendwo eine Entwicklung oder sollte im besten Fall eine Entwicklung hergeben. Natürlich jetzt nicht in riesigen Ausmaß, aber mit der Zeit ist natürlich, dass man seine Meinung zu gewissen Dingen ändert oder vollkommen menschlich aber auch. Weißt du, wie ich meine? Jeder, der das Video sieht, der sieht ja, das war vor 7 Jahren oder was, oder 5 Jahren oder 4 Jahren oder was auch immer so. Jeder Mensch ändert seine Meinung, Bro. Das ist völlig legitim. Die Leute sagen immer so, ah, du hast dich verändert. Also ob das das Schlimmste der Welt wäre. Ja, du bist gleich geblieben, du Penner. So weißt du, jeder Mensch verändert sich. Deswegen ist natürlich, im Internet muss man immer sehr bedacht sein, was man da von sich gibt. Ob das die persönliche Meinung ist, ob das eine Ansicht ist oder was auch immer. Ich will jetzt gar nicht so tun, als ob ich immer alles so richtig gesagt hätte oder auch in meinen Liedern vielleicht irgendwie auch falsch ausgedrückt hätte, hier oder da. Aber es ist halt so, die Leute nageln nicht, die wollen dich dann daran festnageln. Nein, du hast aber so und so gesagt. Warum änderst du jetzt deine Meinung? Du darfst deine Meinung niemals ändern. Du musst genau so sein, wie du vor 12 Jahren einmal im Interview gesagt hast. Wenn du das einmal änderst, bist du dein Hurensohn. Das hat mein Onkel Ali mir beigebracht. Wer seine Meinung ändert, ist dein Hurensohn. Habibi, dein Onkel Ali hängt im Café seit 25 Jahren ab. Erzähl mir nichts über meine Meinung und verpiss dich. Das war's. Das große Problem, was viele Leute haben, ist einfach, dass sie sich persönlich getriggert fühlen, wenn jemand an deren Grundbaum rüttelt. Kennst du so? Es gibt Leute, die haben so bestimmte Glaubenssätze tief in ihrem Bewusstsein verankert und das ist auch schon teilweise durch die Erziehung und durch die Sozialisierung und durch das Aufwachsen passiert. Und wenn du da irgendwie aus diesen Gedankenspektrum bereit bist auszubrechen und irgendwie freigeist zu sein, da haben viele Menschen ein persönliches Problem mit. Wir haben uns das jetzt mal reingezogen auf Entspannung. I like that. Ich hab nichts gegen PA, immer noch nicht. Keine Ahnung, ich fühl, dass er denkt, dass ich ihn irgendwie fertig machen will oder in irgendeine gewisse Richtung reindrücken möchte oder ihm irgendwie schaden will oder irgendwas Böses möchte. Keine Ahnung, Digga. Also ich will ihm auf jeden Fall nichts Böses, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Wollte ich nie, will ich nicht, werde ich auch nie wollen. Liebe geht raus, Bro. Keine Ahnung. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht wird man irgendwann mal wieder miteinander reden und dann kann man das vielleicht auch aus der Welt schaffen. Wenn das Bedürfnis da ist, mit mir kann man sowieso immer reden. Ich hab immer ein offenes Ohr für jeden. Wisst ihr ja. Deswegen, alles gut. Wird schon. Ja. 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 Vielen Dank.